Ja, und jetzt geht es weiter mit dem Besten aus dem neuen Katalog. Den habe ich auch gleich hier. Und ich muss sagen, dieses Produkt, was wir Ihnen jetzt vorstellen, ist genau das Richtige für mich. Weil ich habe tendenziell einen braunen Daumen. Das heißt, bei mir haben Pflanzen so gar nicht so eine relativ geringe Überlebenschance, weil ich einfach zu wenig Ahnung habe von Pflanzen. Aber wenn ich jetzt mal die Seite 179 aufschlage, da sehen wir etwas, das ist wie für mich gemacht. Gerade auch für Menschen, die auch so ein bisschen unsicher sind bei Pflanzen und die hochwertige Pflanzen haben. Weil damit kann ich jetzt wirklich die Bedürfnisse der Pflanzen absolut genial ermitteln. Ja, ein 4 in 1 Pflanzensensor, hier sehen Sie ihn, der wird einfach in Ihre Zimmerpflanze oder auch in die Balkonpflanze eingesteckt. Und dann können Sie hier genau bestimmen, was Ihre Pflanze braucht. Und zwar mit einer kostenlosen App, die kann man sich aufs Smartphone herunterladen. Egal, was für ein Smartphone Sie haben, iOS oder Android-Gerät, ist ganz egal. Und da gibt es jetzt eine große Datenbank. Aus dieser Datenbank mit über 5000 Pflanzen, die da hinterlegt sind, kann man jetzt schauen, welche Pflanze habe ich da und kann diese Pflanze dann direkt bestimmen. Kann dann schauen, wie sieht es aus mit einmal dem Lichteinfall. Das ist ja für die Pflanze ganz wichtig. Wie viel Licht hat meine Pflanze, die Temperatur, die Feuchtigkeit und auch die Nährstoffversorgung für die Pflanze. Sodass ich hier dann ideale Wachstumsbedingungen für meine Pflanze schaffe. Und das ist eben so einfach abzulesen auf dem Smartphone. Ich mache das Smartphone an, sage, was braucht meine Pflanze. Und dann sagt die mir, die braucht Wasser, die braucht Licht oder die braucht Nährstoffe. Oder sie ist zufrieden oder alles Bestens. Und so kann ich dann in Ruhe, also ich gehe jetzt an meine Pflanzen und greife halt mit dem Finger auf die Erde. Ist es feucht genug, das ist eigentlich mein Test. Und deshalb könnte auch daran liegen, dass bei mir die meisten Pflanzen nicht so lange halten. Aber ich weiß viele, und du gehörst ja auch dazu, man hat auch hochwertige Pflanzen zu Hause, die zwei, drei, vierhundert Euro kosten. Und wenn die mal kaputt gehen, das ist natürlich besonders ärgerlich. Aber du hast mir gesagt, wir können das sogar live im Studio zeigen, wie diese App reagiert. Und das würden wir jetzt gerne mal tun. Wir sehen jetzt hier, auf unsere Pflanze hier auf den Fühler eingestellt. Und wir haben, das sehen Sie jetzt nicht, aber ich sehe es hier, einen sehr, sehr starken Scheinwerfer, den ich jetzt einschalte. Und dann sehen wir sofort, dass die App reagiert. Wir müssen erst mal schauen, weil wir haben hier natürlich jetzt einmal festgelegt, was für eine Pflanze wir haben. Also da müssen Sie einmal schauen, welche Pflanze haben Sie. Die App hilft Ihnen auch dabei. Also da ist sogar eine Pflanzenerkennung mit dabei. Kann ich Ihnen vielleicht gleich auch noch zeigen. Da können Sie auch, wenn Sie keine Ahnung haben, was für eine Pflanze habe ich dann mal, die Blätter begutachten, die Form der Blätter begutachten. Wir haben hier einen Ficus Benjamini. Und da haben wir das natürlich dann direkt auch mit angeschaut, das Ganze. Und dann wird hier mit angezeigt. Und das sehen wir hier sehr gut. Wir haben hier zu wenig Licht für diese Pflanze. Das sehen wir hier, das steht direkt zu niedrig. Die Sonne blinkt hier und da ist es rot markiert. Und unten blinkt auch noch was? Also zu wenig Licht. Da das Wasser, das blinkt auch. Also er möchte auch gerne Wasser haben. Und hier Nährstoffe sind deshalb auch zu wenig im Boden. Das Einzige, was hier im grünen Bereich ist, ist die Temperatur. Die ist hier angemessen. Also diese Angaben werden Ihnen angezeigt. Da wissen Sie direkt, wir bräuchten jetzt mehr Licht für die Pflanze und wir bräuchten jetzt auch mehr Wasser für die Pflanze. Wo fangen wir an? Wir machen jetzt erstmal ein bisschen mehr Licht. Deshalb würde ich dich einmal bitten, den Strahler anzumachen. Und dann sehen Sie nämlich auch gleich, was hier passiert. Einmal wird es hier im Studio natürlich sehr viel heller, aber auch auf der App. Schauen Sie mal hier. Die reagiert sofort. Ich zeige Ihnen das mal. Ich hoffe, da sieht man das jetzt. Es ist sofort hier in den grünen, in den mittleren Bereich gegangen. Es hat aufgehört zu blinken. Oh, da sehen wir es direkt. Das war jetzt die Temperaturanzeige, auf die ich gekriegt habe. Jetzt mache ich es nochmal aus. Das ist direkt im Bereich, jetzt machen wir wieder aus. Genau, was dann passiert. Da geht es sofort wieder auf zu niedrig. Also diese Pflanze braucht viel Sonnenschein. Genau, reagiert sofort. Jetzt ist es sofort wieder hier auf zu niedrig. Und jetzt können wir das gleiche auch mit Wasser machen. Da sehen Sie auch, zu niedrig. Wenn wir jetzt sagen, oh, zu niedrig, wir möchten gerne gießen, dann nehmen wir natürlich hier das Wasser und können unserer Pflanze dann hier auch ein bisschen Wasser geben. Ich möchte das jetzt mal sehen. So, können die ein bisschen bewässern natürlich. Zeigt mir an. Zu hoch, jetzt hast du zu viel. Ja, das geht jetzt auch in den Boden rein, ein bisschen rein. Bis es reingesenkt ist. Schauen Sie mal, sofort ging es auf grün und jetzt ist ein Tropfen zu viel. Aber jetzt setzt sich es natürlich ab. Jetzt ist es angemessen. Jetzt ist es wieder grün, jetzt ist es angemessen. Also das ist ja unglaublich. Das reagiert ja in Bruchteilen in einer Sekunde. Ja, selbstverständlich. Ganz tolle Sensortechnik. Also erstmal hast du mich jetzt überrascht, dass du weißt, wie die Pflanze auf Latein heißt. Wie hieß die nochmal? Ein Ficus Beniamini. Okay, also gut. Aber das kann man hier auch sehen. Also ich gehe hier einmal zurück, weil das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Man kann hier die Pflanzen dann auch sich anschauen. Und wenn Sie jetzt mal nicht wissen, was Sie für eine Pflanze haben, dann gibt es hier einen Blättertyp-Filter. Und den kann man dann ausprobieren. Schauen Sie mal da. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist so toll gemacht. Wir haben das auch als Vierer-Set übrigens für Sie, weil meistens hat man ja nicht nur eine Pflanze. Da bestellen Sie bitte direkt das Vierer-Set. Also ein Eiler-Set um die 22 Euro. Schon sehr günstig. Für das Einzelne sage ich Ihnen kurz die Bestellnummer. Das ist die ZX 2807 und die 569. Und jetzt haben wir ein Vierer-Set. Da spare ich also noch mal knapp 13 Euro. Wir sehen, für vier Pflanzen einzeln einzuschalten über diese eine App. Und das ist für mich eine Pflanzenrevolution. Für Leute wie mich, die eben wenig Ahnung von Pflanzen haben. Also ich hätte jetzt nicht mal gewusst. Musst du auch gar nicht. Das ist das Tolle. Du musst nichts wissen. Ja, schau mal. Selbst wenn du nicht weißt, wie deine Pflanze heißt, kannst du hier schauen. Guck mal, wie sehen die Blätter aus? Und du könntest jetzt hier einfach schauen bei der Pflanze, wie sind die Blätter angeordnet. Und kannst jetzt hier zum Beispiel draufklicken, wenn du jetzt denkst, okay, das sind ungefähr die Blätter, die meine Pflanze hat. Könntest du hier draufklicken. Okay. Und dann hier unten auf nächster Schritt. Und dann wird immer vorsortiert. Also hier sind über 5000 Pflanzen. Bis nur noch eine übrig bleibt. Genau. Bis dann eine Auswahl von Pflanzen. Und dann kommen die Bilder von den Pflanzen. Und dann kannst du nochmal vergleichen, sind das jetzt die richtigen Bilder und kannst deine Pflanze auswählen. Viele Pflanzen brauchen viel Wasser oder brauchen viel Licht. Es gibt ja welche, die wollen eigentlich gar kein Licht. Es gibt welche, die brauchen viel, die brauchen wenig Wasser. Die Nährstoffe, die könnte ich nie ermitteln. Aber das macht alles dieser Fühler hier. Und jetzt, wenn Sie teure Pflanzen zu Hause haben und immer so ein bisschen Angst, oh, wenn die kaputt geht oder was fehlt denn meiner Pflanze. Es gibt ja Leute, das habe ich selber schon live erlebt. Da habe ich ein bisschen gelächelt. Die stehen vor der Pflanze, die ein bisschen den Kopf hängen lassen. Och, was fehlt dir denn? Dann wird die Pflanze nicht antworten. Aber hier antwortet sie über die App. Selbstverständlich. Und sagt, was fehlt. Wasser, Licht, Nährstoffe. Und das letzte noch, irgendwas habe ich jetzt noch vergessen. Lichttemperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffe. Temperatur, natürlich ist mir zu kalt, ist mir zu warm. Und das finde ich jetzt mal eine richtige Revolution. Ist auch nagelneu bei uns im Programm, auch im neuen Katalog auf. Noch mal Seite 179. Aber wir haben hier natürlich auch noch mal den TV-Sonderpreis. Das heißt, Sie sparen hier noch mal richtig Geld. 75,91 Euro für das Vierer-Set. Knapp 22 Euro für eine. Also je nachdem, wie viele hochwertige Pflanzen Sie zu Hause haben. Jetzt muss ich sagen, für eine 5-Euro-Palme lohnt sich das nicht. Aber wenn ich so große Pflanzen habe, so wie du bei dir im Wohnzimmer, wo man wirklich sagt, die habe ich über Jahre, die habe ich über Jahre lang. Vor allem, wenn du auch ein bisschen Probleme hast. Hier gibt es in der App selber wirklich ganz, ganz tolle Tipps auch noch bei Pflanzen. Ich hatte zum Beispiel auch Probleme mit meinen, habe ich dir vorhin schon erzählt, dass ich nicht genau wusste, was passiert da mit den Pflanzen. Wenn es da dann auch mal Probleme gibt, vielleicht mit den Blättern, dann, dass sie sich plötzlich verfärben. Hier sind in dieser App auch noch mal so erste Hilfe und Infos über die Pflanzen. Schau mal hier, da gibt es dann ganze Abhandlungen über die Pflanzen selber noch mal. So richtige Informationen. Und das ist auch schön, weil man sich da auch so ein bisschen einlesen kann. Aber ich habe noch mal über meinen letzten Satz nachgedacht. Der war eigentlich doof. Eine 5-Euro-Palme, wenn ich die hege und pflege, wird die ja nach 3, 4 Jahren zu einer Riesenpalme, die dann wieder 200, 300 Euro kosten würde, wenn ich sie so fertig beim Gärtner kaufe. Das heißt, ich kann ja durch die App auch wirklich viel Geld sparen, weil ich mir meine Pflanze selber, und zwar genau pflanzenbewusst, ich sage jetzt artgerecht, ich weiß nicht, gibt es das bei Pflanzen auch? Ich würde sagen, ja, artgerecht versorgen kann und damit dafür sorge, dass sie auch wirklich groß wird. Durch Sonne, Nährstoffe, Temperatur und Bewässerung, was hier angezeigt wird. Und zwar auf diese eine Pflanze, ihre genau. Und wenn Sie 4 von denen haben, natürlich auf Ihre 4 Pflanzen, die Sie hier einsetzen, oder bei denen Sie es einsetzen. Und das finde ich jetzt mal wieder wirklich, das ist Technik, die habe ich zum ersten Mal gesehen hier, so geht es mir oft, zum ersten Mal bei Pearl gesehen, Ihnen geht es vielleicht genauso. Und ich muss sagen, für diesen Preis hochwertige Pflanzen zu ziehen oder natürlich dann am Leben zu erhalten, das ist es wert. Auf jeden Fall. Also ich bin da richtig begeistert von. Ich mag Pflanzen unheimlich gerne. Und wenn man die dann so ein bisschen pflegen kann und halt auch immer mit dem Smartphone direkt überwachen kann, weiß immer genau, was Sie dann brauchen. Licht, Wasser, Nährstoffe halt auch mal ein bisschen Dünger rangeben. Das ist toll. So, für das 4er-Set, die Bestellnummer ZX 2812 und die 569. Und für die einzelnen Messungen, die ZX 2807 und die 569. Und dann ist es ab sofort egal, ob Sie wie ich einen braunen Daumen haben, weil Ihre Pflanzen, die werden ab sofort bestens mit der App versorgt. Ja. Ja.